So, weiter geht's, Keule. Auf geht's. Nun komm, Mädel. Ja, ich hab die Waffen gewechselt und äh... Boah, lässt sich gut an. Muss ich, kann ich hierbleiben oder muss ich... Ich kann hierbleiben. Hoffe ich doch nicht, dass ich dann wieder zurückleitschen muss. Ne, brauche ich nicht. Ich kann hierbleiben. Gut. Oh, Gott sei Dank. Ja, also ich muss wo anders rein. Äh... Ich kann wieder... Oh, Moment. Ich kann wieder zurück. Muss ich sogar. Ja, leider. So, aber ich kann da hier nirgends wo runter. Wie komme ich denn dann da hin? Oder kann ich... Doch, alles klar. Ja, also dadurch wo ich... Irgendwie muss ich unsichtbar bleiben. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also, ernsthaft. So, hinein. So, und keiner soll mich sehen. So, ich hätte denn irgendwie... Das weiß ich auch noch nicht. Können wir irgendwie... Kriegen wir das hin? Muss ja, geht denn ja anders. Wow. Wir sind aber jetzt wieder reichlich da. Aber garantiert nur weißes... Oh, Stiefel der Blitzgeschwindigkeit. Na, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die so... Weg. 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 Ja. Stiefel der Blitten. Ja, ich sag doch. Ja gut, ich bin hier jetzt, ähm... Ja, man muss überlegen, wie lange das jetzt her ist, dass, äh... ich diese Quest hatte. Deswegen sag ich ja, also, manche Quests sind hier schon, äh... mehr als Horn halt. Ja. Ja, mein Freund. So geht das hier. Schwupp. Oh, Feinkling. Halt. Ah. Ja, hab ich jetzt gar nicht gesehen gehabt. Nö. Ja, ja, wir wolltest du abhauen, oder wett? Geht ja, Mann, gar nicht, mein Freund. Ah, ah. Geht ja gar nicht. Ja. Hm. Die sind also nervös. Das heißt, entweder muss ich die killen. Weiß ich ja jetzt nicht, wenn die rot sind. Muss ich die killen. Oh, herrlich, dieses Geräusch. Ich mag es. Das weiß ich ja eben nicht. Jo. Gut. Warte mal, ich hab doch extra dafür einen großen gemacht. Nee, Bandverstärker. Nee, nee. Da, Phasengang. den packe ich jetzt mal eben da rein. Ja. Doch, unsichtbar bin ich, ja. muss ich jetzt warten, bis ich den wieder... Jo, Tatsache. Oh. Oh. Ah, gut. Gut. Ich muss nach oben. Scheiße. Scheiße. Kommt die. Scheiße. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ja, dass ich hier jemand kille. Das wollte ich vermeiden, aber das release ich nicht. Na gut. Hm, hm. Upsa, der ist weiß. Okay. Na gut, wenn der weiß ist, ist das okay. Ja. Tö, 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 tö. Und tschüss. Jo. Ist doch, man, herrlich. So, jetzt kehren wir zu den Kameran zurück. Und, oh, halt. Schauen mal, was er zu sagen hat. Hm. Ich wollte wirklich keinen killen. Nö. Gedacht, okay, aber nein. Scheiße. Ja. Nee, bleib mir alle von der Wäsche. Lasst es. Lasst das. Ich hatte. Ja, ist halt so. Fertig ist. Und raus hier. Ganz schnell. Zack, zack. Robo die Gats. Yep. Ach, jemini, oh jemini. Mir tut es so weh. Nun, komm schon. Ja, jetzt stoppe ich mal nicht ab, weißt du. Und, äh, Mist. Dann dauert das wieder Ewigkeiten. Bleib stehen. Was? Ist dir schlecht, oder was? Bleib stehen. Trottel. Na toll, jetzt hab ich gedacht, ich hätte abgestoppt, aber nein, ich hab nicht abgestoppt und hab dann abgestoppt. Echt nicht schlecht, das ist echt gut, 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 gut. Ja, war mir jetzt nicht bewusst, dass ich das angelassen hab. Ja, ernsthaft. Das war mir jetzt überhaupt nicht bewusst. Nö. Absolutely nothing. Naja, gut. Sowas soll auch geschehen, passieren. Ja. Seid mir gut. Ja, genau. Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du auf die Knie fallen. So, aber da kannst du mal sehen, wie lange eine Quest gehen kann. Nur mal eben den Ring, ja, und dann hin und her und kreuz und quer. Ah, da seid ihr ja. Habt ihr es schon gehört? Der arme, alte Lord Kandrian ist sanft entschlafen. Sehr traurig. Ja. Es dürfte euch interessieren, dass Eryon Raidan der neue Lord Kandrian ist. Das gehört euch, will ich meinen. Ziemlich sorglos von euch es zurückzulassen. Aber ich hoffe, wir können wieder einmal zusammenarbeiten. Warte, warte, warte. Wer ist denn Eryon Raidan? Die Josalfa sind ein ehrenhaftes Volk. Und es ist unverkennbar, dass sie Eryon zu einem gerechten, tugendhaften Anführer erzogen haben. Mit Eryon an der Spitze der Kandrian-Wache werden sie den Kampf zu den Tuatha tragen und sie übers Meer zurückjagen. Okay, anscheinend war da doch die richtige Entscheidung. Na gut, wunderherrlich, wunderprächtig haben wir geschafft. Lord Kandrian ist erledigt. Wunderbar. So. Ach, der Schrein des Hierophanten. Das ist bestimmt wieder so eine Sammelquest. Aber wir werden jetzt... Ihr habt das ausgehalten mit mir. Und dann werden wir natürlich... Und dann werden wir natürlich... Ähm... Ich würde sagen, ich würde sagen, ich gehe hier raus und... Halt die Schnauze. Und wir werden uns dann gleich im Melsent hier wiedersehen. Los, auf geht's. In diese Richtung. Und... Oh, jetzt ist mir gerade was aufgefallen. Gut, was kommt denn da? Na, dann kommt mal her. Oh. Aua. Oh. Ja, ist ja gut. Sankt die Bohnen. Ja. Wo, oh. Das hört sich gar... Gar nicht gut an. Nee, der ist nicht da. Halt. Na gut. Dann komm. Nu komm. Das gefällt mir nicht so wirklich. Nee, aber gut. Oh, oh. Wo denn? Ja, Freunde. So nicht. Ja, ja. Oh. Oh. Wow. Ai, 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 ai. Aha. Apa? So nicht. So ist das richtig. Ja. Ah ja. Was war das denn jetzt? Frost. Irgendwann mit Frost. Hab ich gesehen. Kraftstrotzenname. Naja, gut. Äh. Nee. Kann ich nicht nehmen. Was jetzt? Achso, die Opfergaben. So, da bin ich. Aha. Oh. Das ist aber scheiße, ne Kumpel? Ja, ja. Boah. So. Das war er. So, was gibt der Helm des Bolgarnfluchs? Ja, Flux, hab ich beim letzten Mal gesagt. Das war also nicht so prickelnd. Nee. Gut. Gut. Ähm. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ist hier noch was oder? Nee, anscheinend nicht. Moment. War hier nichts mehr? Also wirklich rein gar nichts mehr? Mir kommt das so vor, als wenn... Hier kann ich nichts machen. Hier. Nee. Absolut nicht. Na gut. Da ist eine Geheimtür oder was ist denn da? Na jetzt nicht. Oder... Achso, jetzt haben wir das erledigt. Na gut. Dann ist das erledigt. Moment. Da. Channel Lock. Klingen und das Siegel. Guck mal. Da ist es. Klingen und das Siegel. Denn an Silla-Schlüssel erlangen. Aha. Wo ist das? Oh, gar nicht so weit weg. Na gut. Ähm. Diesen Weg müssen wir gehen. Warte mal. War ich hier schon drin? Warte mal. 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 Da blinkte irgendwas. Da. Die wurde gar nicht angezeigt. Also hier muss ich echt wieder in jede Ecke gucken. Dass ich... Ja, da hatte ich sie gefunden. Aber die da hinten in der Ecke nicht. Oh Mann. Das heißt, ich muss wirklich wieder in alles... Alt! Ne. In alle Ecken gucken. Oh ja, gut. Das ist also nicht so tragisch. Nö. Äh. Er fordert mir noch meine komplette Aufmerksamkeit. Soll dann so sein. Uh. Alt! In der Egelholz. Ja, ich komme ja schon nach oben. Ist ja gut. Ist ja gut. Da ist noch Egelholz. Hm. Da verfolgt mich jemand. Hm. Ne, jetzt nicht. Also. Hinein in die Gutsstube. So. Ne, Freunde. Ähm. Das funktionierte nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und, äh. Ich bin reingegangen. Ich kann euch das kurz erklären. Ich bin reingegangen und habe, ähm. Sie angequatscht auf den Schlüssel. Und erst wollte ich das mit der Überzeugung machen. 95 Prozent. War natürlich geil. Ne. Aber, äh. Nein. Hat nicht geklappt. Und, äh. Dann wollte ich sie killen. Dann war dieses Zeichen, wisst ihr ja, unten links, dieses mit dem toten Kopf, dass man nach oben drücken muss. Und das wollte ich machen. Und in dem Moment ging es weg. Und ich konnte nichts mehr machen. Und gar nichts mehr. Sie ließ sich auch nicht überzeugen. Oder irgendwas. Und, äh. Keine Ahnung, was da jetzt ist. Vielleicht ist es verbuggt. Oder ich hatte das schon mal. Also, ähm. Nein. Nicht nur einmal. Ich hatte das schon, weiß ich nicht. Drei, vier, fünf Mal. Und, äh. Ja. Jetzt werden wir die Quest machen. Zeige ich euch eben. Es wird still. Ja. Die werden wir jetzt machen. Als Ausgleich werden wir jetzt die Hauptquest machen. Und, äh. Dann sehen wir uns hier oben in Feindesfeuer gleich wieder. So, da bin ich wieder für euch. So, es wird still. Dafür müssen wir hier hinein. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Wo muss ich denn hin? Hier? Mhm. Mhm. Gut. Ich sag dir, ihr könntet uns helfen. Genug. Worum geht's hier? Gut. 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 So ehrwürdigen Häuser der Sorge, des Stolzes und der Rache, allesamt unter Gatflos Kontrolle gefallen. Solange sie nicht befreit wurden, werden die Reihen der Tuatha mit immer neuen Gläubigen gefüllt werden. Ah, und weiter? Allein könnt ihr keinen Krieg führen. Und selbst wenn ihr es könntet, würdet ihr feststellen müssen, dass euer Weg sowohl durch das Haus des Stolzes als auch durch das der Rache versperrt ist. Ihr braucht eine Möglichkeit, ihr Herz anzugreifen. Eine Möglichkeit, zu Gatflos selbst zu kommen. Und wir wissen, wie ihr dorthin gelangt. Gut. Äh, genau. Gatflos hat die Winterfeilen beinahe vernichtet und den großen Kreislauf aus dem Gleichgewicht gebracht. Wir empfinden keine große Liebe für eure Art. Aber Gatflos treibt uns alle in die Zerstörung. Die Tuatha haben überall in Chlorikon Prismerscheine errichtet. Von dort aus ruft Gatflos seine Truppen zusammen. Predigt das Wort Tirnochs und verdirbt unser Land. Ihr habt bereits damit begonnen, ihm seine Fähigkeit, dieses Land zu verseuchen, zu nehmen. Ohne Gatflos Führung werden sich die Tuatha in Chlorikon auflösen und zerstören. Sobald dies geschehen ist, werden wir euch zu Ventrinio bringen. Er kann euch helfen, nach Alabastra einzudringen. Aha. Wo sind die Schreine? Es gibt drei von ihnen. Südlich und östlich von ihnen. Zwei haben wir zerstört. Götet ihre Wächter und zerschmettert dann ihre Kristalle, um sie zu vernichten. Gatflos wird versuchen, euch aufzuhalten. Aber er ist nur eine harmlose Projektion. Er kann euch nichts anhaben. Zumindest nicht unmittelbar. Mhm. Naja, äh... Oh, wow, 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 Moment. Wow, 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 was ist denn hier los? Naja, gut. Wir sind nur noch ein Schatten dessen, was wir waren, bevor Gatflos unsere Gedanken vergiftet hat. Aber für die Verkörperungen des Verfalls erscheint das wohl passend, nicht wahr? Im Gegensatz zu unseren unbeschwerteren Geschwistern vom Hof des Sommers werden wir allerdings kämpfen, um unsere Länder von den Tuatha zu befreien. Genau wie es auch ein verwundetes Tier tun würde. Da hat er ja irgendwo recht. So, und der strenge Frost? Wir sind das, was von den Winterfeiern noch übrig ist. Flüchtlinge aus der Hauptstadt Bale, Ausgestoßene des Hauses und jene, die den Prismärklingen entkommen konnten. Die Tuatha haben uns unseren Hof und unser Geburtsrecht genommen. Und dafür werden wir ihnen das Leben nehmen, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Okay. Und die Feier? Wir schreiten seit unzähligen Zeitaltern durch diese Länder und spielen dabei immer wieder dieselben Rollen. Wir sorgen dafür, dass der Kreislauf aus Geburt, Tod und Wiedergeburt stets erhalten bleibt. Doch nun stehen wir vor dem Ende unserer Lebensweise. Und es kommt nicht durch die Sterblichen, wie einige Befürchteten, sondern durch unsere eigene Art. So sieht's nämlich aus. Da könnte er uns nicht... Und Gutflo... Wie, wie können wir den überhaupt niederringen? Dieser Wicht war früher nicht mehr als ein possenreißender Narr am Hof des Winters. Dass er genug Macht erlangt hat, um sich gegen den Hochkönig zu erheben und ihn zu besiegen. Das lässt einen beinahe glauben, dass an der Geschichte über seinen Gott hier noch doch etwas dran ist. Ja, muss ja. Also alleine kann er das ja nicht machen. Und das Haus der Rache? Das Haus der Rache war ein Ort erbittertster Ehre und stoischer Entschlossenheit, gegen die selbst Granit weich und brüchig erschien. Doch das ist vorbei. Als sich Godflow erhob, entfesselte er ihren angestauten Hass und lenkte ihn gegen die Sterblichen. Hm. Jetzt werden sie von einem grausamen Mischling angeführt, der mehr Bestie als Feier ist. Tja. Und das Haus der Sorgen? Was meint ihr, ob die uns helfen können? Das Haus der Sorgen ist die Heimstatt der Liebeskranken. Der Verzweifelten und der von Hoffnung Verzehrten. Gemeinsam mit meinen Brüdern und Schwestern habe ich zurückgewonnen, was uns die Welt genommen hatte. Und jetzt haben uns die Tuata, unser Volk, unsere Häuser und unsere Selbstachtung genommen. Wir betrauern diese Verluste, aber wir werden sie zurückgewinnen, was auch immer dafür nötig sein wird. Okay. Und das Cluricon? Die Heimat meines Herzens. Und das Grab meiner Sorgen. Es ist der Ort, den die Tapferen und Törichten aufsuchen, um zu sterben. Und im Tod nähren sie die Geschickten und Lästigen. Naja gut, aber die Prismere, erzähl mal davon. Es gab in unseren Ländern schon immer Prismere. Aber erst als die Magie in unsere Welt strömte, wurden sie zu etwas anderem als einfacher Gemmen. Mhm. Und die Prismere Schreine? Die Tuata haben im Herzen Cluricons Schreine aus Prismere errichtet. Sie ermöglichen es Godflow, alles zu beobachten. Und durch sie dringen seine giftigen Gebete in die Herzen sämtlicher Winterfeiern ein. Kein Pfeier kann ihrer Macht widerstehen, wenn sie derart nah sind. Und kein Haus des Hofes des Winters wird frei sein, solange diese Abscheulichkeiten nicht zerstört wurden. Naja gut, okay. Aber wie geht's denn mit den Tuatern jetzt? Die Tuater haben die Seele der Dunkelpfeiern selbst besudelt. Sie haben unser Volk verdorben, uns unsere erhabenen Häuser gestohlen und unsere wahren Anführer ins Exil getrieben. Ich habe versucht, die Dunkelpfeiern gegen sie zu vereinen. Doch als wir erkannten, welche Bedrohung sie darstellten, war es schon zu spät. Aber ich werde nicht aufgeben. Ja, das werde ich auch nicht. Aber was ist mit Ventrinio? Kein Grund, überrascht zu sein. Wir wissen, dass ihr den Totensammler sucht. Geheimnisse zu kennen, ist eine unserer Spezialitäten. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass ihr hier mit ihm zusammengearbeitet habt. Aber andererseits war das für euch in einem anderen Leben nicht wahr. Das ist wahr. Na gut. Ja, zwei haben wir schon zerstört. Einen brauchen wir nur noch. Aber, äh, die Uhrzeit, ja, das sieht eigentlich noch recht entspannt aus, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich werde einiges verändern müssen. Bevor der Riesenkampf losgeht, muss ich nochmal zurück und einiges zurückholen, was ich rausgepackt habe an Konsumgütern. Ja, da werde ich doch schon mal einiges mitnehmen. Wie weit ist das denn überhaupt? Ähm, wir könnten hier hinreisen. Das machen wir auch. Gut. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ja, war jetzt eigentlich der schnellste Weg. Oder auch nicht, wer weiß. Schönen guten Abend. Ah. Nein, nein, Kumpel. Du machst gar nichts mehr. Ich finde es jetzt langsam leid mit euch hier, mit euch Halbaffen. Ja, doch, ah. Dann verseuchten ja alles. Im Moment, muss ich hier runter? Ja, ne? Ja, und jetzt muss ich hier lang. Gut. Nehme ich mal an, dass das so ist. Ansonsten wird ganz grundübel. Aber nein, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, sehr gut sogar. Später, aber nicht jetzt. Das ist nichts nach dem Leben. Oh. Ey, die Sau schießt da vorne. Jetzt hole ich euch mal da weg. Ah, Schlicker. So. Aha, ein Godfloor will wieder weit erzählen. Was auch immer ihr versucht und so sehr ihr auch kämpft, ihr folgt einer Illusion. Auf euch wartet kein Sieg. Nur der Tod. Hm, bestimmt. Dann bitte ignoriert mich. Setzt euren Feldzug fort. Tötet meine Tuatha. Aber der Tod, so wie ihr ihn seht, ist für uns ohne Bedeutung. Der große Kreislauf bringt jeden Tuatha wieder als Tuatha zurück. Und jedes Mal, wenn dies geschieht, wird ihr noch stärker. Schon bald wird sie in diese Welt hineingeboren werden. Ihr werdet selbst Zeugen ihrer Macht werden. Und das wird das letzte sein, was euer sterbliches Fleisch je spüren wird. Das glaubst du und ich nicht. Einmal. So. Zerstört. Ja. Hervorragend. Und wir lassen uns nichts mehr gefallen von dem. Ich lade. Schwer. Nein. Leicht. Ja. Habe ich jetzt. Ja, Freunde. Hier mache ich aber jetzt erst mal Schluss. Und wir sehen uns dann hier bei Zü... Zu... Güdan zurück. Da sehen wir uns dann gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.